Hey, Freunde, herzlich willkommen beim Rhein-Gerhoff-Freud, wilde Bierchen. Hey, heute im Bierkäfig, da da da, aus der Bierzucht Gude in Großumstadt. Heute ist die private Bierzucht zu Hause. Schaut mal unter www.gude-stoff.de, ist auch sehr regional zu Hause. Und es hat 5% Alkohol und ein Pilz mit einer feinen, leichten Exportnote. Jetzt gucken wir uns das leckere Tierchen im Plaza. Hey, habt ihr gesehen? So sieht das leckere Bierchen hier, der freche kleine Racker, im Glas aus. Schön hier. Und? Schmeckt einsame Spitze, der Kleine. Ja, den kann man empfehlen, wie gesagt, aus der Bierzucht, von der Gude Brauerei. Und vergesst auch nicht, natürlich auf Rheingauer, minus Hofbräu, Punkt zu gehen. Und da sind auch meine lieben Schätze, meine lieben drei kleinen Racker zu Hause. Das Helle, das Dunkle und natürlich das Honig Rauchbier. Also vergesst nicht, auch mal drauf schauen und das eine oder andere mal bestellen und trinken. Okay, also, macht's gut, Freunde, euer Rheingauer Hofbräu, wilde Bierchen, Bier-Safari. Äh, Bier-Safari.